Ich habe nie begriffen, wie einer so dumm sein konnte, über die Mauer zu wollen. Hat man sie auch aus ihrem eigenen Land vertrieben, Frau Margot? Zu jedem bedeutenden Leben gehört auch ein Attentat, natürlich. Und jetzt, auf einmal sind wir Dreck. Nichts als Dreck. Frau Leila sagt, in Frankreich sei es dreckig. Ich langweile mich. Ihr Mann muss hier weg. Weg? Was soll das heißen, weg? Ja, weg. Einfach weg. Zurück in die Tasche. Zack, zack. Hier kann er nicht bleiben. Sie werden meinen Mann nicht ein zweites Mal wegkriegen. Klau, das ist doch wohl nicht zu fassen für uns. Am liebsten würde ich ein paar mal Krönchen essen. Alles Konter-Revolution. Alles Konter. Sie drei, Sie wären bei uns längst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020